Mich interessiert die Geschichte hinter dem Verbrechen. Wenn ich ein böser Mensch gewesen wäre, wäre ich gar nicht in die Klasse gekommen. Am Montag ist der Stichtag. Ich habe noch vier Tage. Ich werde eine Bank überfallen. Ich habe angefangen Frauen zu hassen. Ich wollte keine mehr haben. Ich wollte sie nur noch benutzen. Alles nur noch Dreck. Es war fast 100 Millionen. Ich will nicht leben hier und ob normale Arbeit wir tun können. Es war früher so, wenn uns einer Moppet geklaut hat, dann ist man da eingeflogen. Dann gab es sie auf den Sack. Da haben wir nicht die Bullen angerufen. Die Frau habe ich dann in einen großen Seesack eingepackt. Und habe die dann in der Nähe von Eindhoven auf Sandfeldweg abgelostet. Aber dann geht die Frau dann ins Bett wieder in Schuss. Dann wird die Frau dann in der Nähe von Eindhoven sch��니다. Und dann geht es auf die Frau.